Die Nummer 27 unserer Auktion Fürst Aki, ein vierjähriger Wallach von Fürsten Luck aus der Staatsprämienstute Donna Askaya von Daydream, Adriano Widukind. Fürst Aki gehört zu den ersten volljährigen Nachkommen des Körungs- und Estressursiegers Fürsten Luck, die sich durchweg durch beste Temperaments- und Richtigkeitswerte auszeichnen. Dieser formschöne Fuchs Wallach überzeugt zudem durch hohen Lerneifer und drei äußerst korrekte Grundgangarten. In seiner ersten Turniersaison 2020 konnte er sich in Dressurferdeprüfungen der Klasse A platzieren und qualifizierte sich zum Finale des Gerd-Gussmann-Cups. Untertitelung des ZDF, 2020